Also wir haben deutsches Fersenrostbeef, das kommt aus NRW. Wir haben also verschiedene Teilstücke, Porterhouse, T-Born, Searloin, Clubsticks. Wir lösen aus, dann haben wir Rostbeef en Tricot und ganz beliebt sind unsere 3H Burger. Da haben wir mal ganz klein angefangen mit 20 Stück und haben jetzt so mittlerweile 300, 350 Stück die Woche, die wir verkaufen. Da sind wir ganz stolz drauf. Ja, wir sind eine ganz kreative Mannschaft. Wir experimentieren also fast jeden Tag. Also von den Standardsachen wie Fleischwurst, Zwiebelmeck und Frühstücksfleisch ist ganz beliebt unser Kochschinken, weil der wird handgeknüpft, der wird also nicht gepresst. Aktuell haben wir eine Hausmacher Leberwurst, die unseren Metzger hergestellt hat, die aber nicht dann einfach so in die Theke gelegt wird, sondern erstmal oben beim Chef präsentiert wird. Wir wohnen ja hier im Grenzgebiet, das heißt, wir haben viele Niederländer, die hier einkaufen kommen. Die Niederländer, die kommen nie alleine. Es ist also immer ein halber Bus, der kommt und dann wird die halbe SB-Theke ausgeräumt. Wir verpacken ja selber, also das ist keine andere Ware, wie die auch in Bedienung ist. Ja, das Bauernheberprogramm ist ja neu aufgenommen. Es gibt also Schwein, Rind und Geflügel. Das heißt, die Tiere haben Haltungsstufe 3. Die Tiere haben Spielzeug, werden auf Stroh gelagert. Die haben tolles Leben. Und das beruhigt, glaube ich, die Gewissen der Leute ein bisschen, wenn sie Fleisch essen. Wir sind da total kreativ. Ja, von den normalen Standardsachen, gefüllte Taschen, Braten, Spieße, also die ganze Palette rauf und runter. Einen eigenen Favoriten sind im Moment unsere Blätterteischrollen. Die Leidenschaft, mit den Menschen umzugehen, neue Sachen auszuprobieren. Also ich glaube, in unserem Bereich kann man so kreativ sein. Man kann so viele Sachen machen und vor allen Dingen kriegst du immer Feedback von den Kunden. um eine vielleicht Untertitelung des ZDF, 2020